Die in der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« bekannt gewordene Schauspielerin Nina Bott feierte gerade ihren Junggesellinnenabschied. Im Mai des letzten Jahres bestätigte die ehemalige GZSZ-Darstellerin Nina Bott, 46, in der Fernsehsendung »Gala TV«, sich verlobt zu haben. Jetzt scheint es bald soweit zu sein. Kürzlich teilte sie auf Instagram fröhliche Bilder von ihrem Junggesellinnenabschied in Hamburg und enthüllte gleich noch die Hochzeitslocation. GZSZ-Star Nina Bott feiert Junggesellinnenabschied Nina Bott und ihr Partner, der Unternehmensberater Benjamin Barth, 36, sind seit zehn Jahren ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. Eigentlich wollte sie mit ihrer Verlobung gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Doch »Gala TV«, Moderatorin Annette Möller, fiel während des Interviews ein Ring am Finger der Schauspielerin auf. »Ist das ein Verlobungsring?«, fragte sie Bott, die nicht damit gerechnet hatte, dass das Schmuckstück jemandem auffällt. »Ja, es ist ein Verlobungsring«, erzählte diese dann freudig. Die Nachricht kam insofern überraschend, da Bott zuvor immer betont hatte, auch ohne Trauschein glücklich zu sein. Dennoch betonte sie gegenüber, »Gala, sich auf die Hochzeit zu freuen.« Wenn man vier Kinder, davon drei gemeinsame habe, sei das der logische Schritt. »Ich hatte einen tollen Tag mit meinen besten Freundinnen«, schreibt Bott auf Instagram zu Fotos von ihrem Junggesellinnenabschied, auf denen auch ihre ehemalige GZSZ-Kollegin, Rea Harder-Wennewald, heute bei »Notruf Hafenkante«, zu sehen ist. Gemeinsam genossen die Frauen Leckereien in einem Hamburger Café, bevor sie einen Malkurs absolvierten. GZSZ-Star Nina Bott, »Hochzeit am Strand«, mit einem stimmungsvollen Strandfoto enthüllte Bott auch gleich die Hochzeitslocation. »Wedding with a View«, schrieb sie auf Instagram zu der Aufnahme und ergänzte, »Ich kann es kaum erwarten«. Nina Bott war Cora bei »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«, in der Serie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«, war Nina Bott von 1997, ist 2005 als Cora Hinze, die Sunnies, Valentina Pade, Schwester ist, zu sehen. Mit Raphael Vogt, der Nico Weimers Haus spielte, bildete sich eines der großen Traumpaare der RTL-Serie, in einer Phase, in der der Hype um GZSZ so groß war, dass Fans sogar vor den Wohnungen der Stars kampiärten, wie Vogt 2023 in der Web-Talk-Show erzählte. Bis heute haben die beiden noch gelegentlich Kontakt. Später hatte Bott größere Rollen bei »Alles, was zählt« und »Verbotene Liebe«. τα宵